Hallo und herzlich willkommen zu diesem Scum Tutorial. In diesem Scum Tutorial werde ich euch zeigen, wie ihr selbst gebaute Munition craften könnt und wo die Unterschiede ganz genau liegen und vor allem wie ihr auch die beste Munition craften könnt. Meine Assistentin hier wird euch einmal das Ganze zeigen und helfen. Schauen wir uns das Ganze erst einmal an. Was brauchen wir überhaupt für die selbstgecraftete Munition? Unter anderem brauchen wir natürlich erst einmal eine Handwerksskill. Wir brauchen keine Fähigkeit für 9mm Patronen, die befinden sich dementsprechend hier oben. Für die 9mm Patronen braucht man Metallschrott, man braucht Schießpulver, man braucht eine Bleiplatte und man braucht eine improvisierte Werkbank. Und hier ist tatsächlich schon das Erste. Oder eben eine von diesen Standbohrmaschinen oder Standwerkbänden, die man in der Welt finden kann. Ich werde euch gleich den Unterschied zeigen. Hier ist tatsächlich der einzige Unterschied, was man beachten muss bei der Munitionsherstellung. Denn an der improvisierten Werkbank ist die Munition die schlechteste. Man kann auch hier diese Bohrmaschinen alles verwenden. Dementsprechend hier, das ist alles möglich. Die improvisierte Werkbank ist die selbstgebaute Werkbank und man braucht nur ein Werkzeugkit dazu. Hier ist allerdings auch die Qualität dann wiederum egal. Es geht tatsächlich nur um die Werkbank. So, ich habe das Ganze einmal vorbereitet. Wir verkraften jetzt einmal neue Mini-Munition und an der CTR bereits den Unterschied. Übrigens, die gecraftete Munition selber ist nicht wirklich anders wie die Munition, die ihr im Spiel findet. Klar, es gibt noch AP-Munition, Panzerbrechende Munition, Tracer-Munition, also mit Leuchtspur und so weiter. Die selbstgecraftete Munition ist im PvP ein kleines bisschen schwächer wie die normale Munition, aber für Puppets völlig irrelevant. Und die Munition ist super. Craftet euch diese Munition. Tipp von mir. So, wir brauchen folgendes im Inventar. Wir brauchen einmal eine Bleiplatte, wir brauchen Metallschrott und wir brauchen Schießpulver. Das Ganze hat hier jetzt 100%, weil ich mir das Zeug natürlich per Admin-Buffet für diese Story geholt habe. Ich zeige euch aber auch, was passiert, wenn die Haltbarkeit nicht bei 100% ist von diesen Gegenständen, nämlich gar nichts. Dazu aber gleich mehr. So, wir werden uns jetzt einmal die 9mm zusammencraften. Gehen hier drauf, sagen jetzt einmal, wir werden jetzt nicht an die Improvisierte erstmal gehen, sondern wir gehen jetzt hier erstmal in die Standbohrmaschine. Diese sehen wir jetzt hier. Auf Handwerk, Craften, Munition, Erstellen. Dann wird die Munition gecraftet. Und wir haben 5 Schuss von 9mm zu 100%. Das heißt, diese Munition wird keinerlei Ladehemmung verursachen oder sonst irgendetwas. Was hat uns das Ganze gekostet? Das Ganze hat uns jetzt hier dementsprechend Schießpulver gekostet, 15 Einheiten Schießpulver gekostet, 5 Bleiplatten gekostet und hat uns zweimal mit Halsschrott gekostet. Und das war es letztendlich schon. Und natürlich nochmal 5 Aufladungen von unserer Werkzeugkiste. Die Bohrmaschine selber, die wir in der Welt finden, hat noch 100%. Das heißt, es wird nichts abgezogen. So, was passiert nun, wenn wir die 5mm oder die 9mm Munition craften an unserer improvisierten Werkbank? Hier nämlich. So, machen wir das Ganze noch einmal. Sagen jetzt hier, das Ganze herstellen. Was er nicht machen lässt. Warum nicht? Werkzeugkiste nicht mehr in der Hand. Das wird euch übrigens öfters passieren. Dazu habe ich dann auch gleich noch etwas. Die Werkzeugkiste haben mich jetzt hier liegen lassen. Fehler meinerseits. So, Werkzeugkiste wieder in der Hand. Ich habe keinen Platz im Inventar. Ich hätte sie vielleicht noch ein bisschen besser anziehen sollen, gute Dame. So, 9mm Munition. Wir haben jetzt alles in der Umgebung. Craft die 9mm Munition. Und wir haben 9mm Munition mit 50% rausbekommen. Nicht mit 100%. Und das ist der große Unterschied. Wenn ihr Munition craftet, craftet die Munition an den Werkbänken, die ihr in der Welt findet. Die tauchen überall in der Welt auf. Ihr werdet die überall finden. Und nicht an der selbstgebauten Werkbank. Weil dann mit 50% sind tatsächlich die Möglichkeiten für Ladehelmungen und so weiter da. Mit der 100%igen nicht. Und die Werkbank verliert auch noch an Haltbarkeit. Wir haben 2% Haltbarkeit verloren. Die Ressourcen sind letztendlich die gleichen. Wir haben wieder 15 Schießpulver verloren. Wir haben wieder 5 Bleiblatten verloren. Und wir haben wieder 1 Metallschrott verloren. Und wir haben 5 Aufladungen natürlich von unserer produzierten Werkzeugkiste verloren. Es ist völlig egal, was für eine Werkzeugkiste ihr benutzt. Es ist auch völlig egal, was die Qualität dementsprechend von den Bleiblatten, Schießpulver oder Metallschrott beinhaltet. Das Ganze zeige ich euch jetzt aber auch nochmal auf meinem Serverchen. So, dieser Charakter befindet sich nun auf meinem Singleplayer-Server in der Staffel 6 von Scum. Das Let's Play gerne mal vorbeischauen. Und zwar, hier habe ich Bleiblatten, 17 Stück in der Qualität von 54. Hier haben wir ein bisschen Schießpulver mit 111 Aufladung. Das ist das Zeug, was ich in der Welt gefunden habe dementsprechend. Und eine Metallplatte und eine Werkzeugkiste, die auch nicht mehr bei 100% ist. Das heißt, wir haben ja alles Gegenstände, die bereits ein bisschen abgegriffen sind. Genau, Nadel ins Steckmonds. So, und jetzt craften wir hier einmal 9mm Munition und dann gucken wir dementsprechend, was rauskommt. Ihr werdet nämlich sehen, dass die Munition trotzdem die 100% nämlich hat. Hier, 5 Patronen zu 100%, obwohl wir jetzt dementsprechend hier Material verwendet haben, was nicht bei 100% ist. Hätten wir das Ganze an der improvisierten Werkbank wieder gebaut, wäre es dementsprechend so, dass wir wieder etwas abgezogen bekommen hätten, nämlich die 50% davon. So, dann gibt es noch etwas Kleines, was ihr unbedingt beachten müsst. Beispielsweise, man hat es gerade am Anfang schon mal gesehen, wenn man eben Gegenstände nicht in der Reichweite hat, kann man das Ganze nicht mehr herstellen. Bei mir fehlt jetzt beispielsweise nämlich Metallschrott. Das ist aber auch so, wenn die Aufladungen nicht mehr reichen. Das zeige ich euch jetzt auch gleich einmal. So, wir haben nun noch Papier zusätzlich dabei, denn auch noch etwas Wichtiges dazu zu sagen ist, egal ob ihr 9mm craftet oder dementsprechend ab Stufe Mittel der Fähigkeit, wenn ihr bauen könnt, Munition beispielsweise eben die Schrotmunition craftet. Bei Schrotmunition noch eine kleine Besonderheit, ihr braucht noch zusätzlich Papier dazu, sonst alles Übliche auch, dementsprechend was bei der normalen Munition dabei war. Aber es ist egal, welche Munition ihr herstellt, ich stelle jetzt hier einmal nämlich Schrotpatronen her, ihr verbraucht immer exakt die gleiche Menge an Material. Es wird genauso viel Schießwürfe verbraucht, es werden genauso viele Bleiplatten verbraucht, es ist immer genau gleich, ihr bekommt 5 Schuss jedes Mal raus. Also selbst wenn ihr dicke Munition craftet, selbst wenn ihr die dickste Munition craftet im Spiel, ist das alles kein Problem. Die 7, 6, 2, 4, 5, äh 5, 4 beispielsweise, auch genau die gleichen Kosten wie 9mm. So, wir stellen jetzt noch einmal die Materialien, haben wir nochmal Schrottel-Munition her und gleich werdet ihr sehen, ich kann keine weitere Munition mehr herstellen. Woran liegt das Ganze? Wir haben keine 5 Bleiblatten mehr, sondern nur 2 Bleiblatten. Jetzt ist es so, Metallschrott haben wir auch keinen mehr. Moment, den habe ich noch hier drin liegen. Einmal Metallschrott, hier liegt mein Lager gerade rum. Und zwar, wir haben jetzt zwar Metallschrott, wir haben alles da, aber wir haben keine 5 Bleiblatten mehr. Das heißt, wir können keine weitere Munition jetzt erstmal mehr zusammen craften. Hätten wir jetzt weitere Bleiblatten im Inventar, ist es trotzdem so, dass das hier ausgegraut ist. Das liegt daran, dass wir, selbst wenn wir weitere Bleiblatten haben, wir eine Bleiblatte haben, die 2 Aufladungen hat. Er nimmt immer diese Bleiblatte an, die die wenigsten Aufladungen hat. Dadurch, dass es 2 ist und nicht craftbar ist, selbst wenn wir eine mit 20 Aufladungen haben, können wir nicht mehr craften. Wichtig hierbei ist dann, die Bleiblatte zu nehmen, außer Reichweite zu legen oder komplett wegzuschmeißen dementsprechend. Und danach könnt ihr wieder die Munition herstellen. Ich habe jetzt leider keine weitere Bleiblatte gerade da, aber danach könnte man wieder Munition herstellen. Passt hier tatsächlich auf, wenn ihr irgendwo ein Item im Inventar habt oder in der näheren Umgebung von dieser Maschine, dann könnt ihr nicht mehr craften. Wenn ihr nicht mehr craften könnt, liegt es daran, irgendetwas ist entweder in nicht mehr ausreichender Menge vorhanden oder etwas fehlt komplett. So, damit soll ich euch hoffentlich schon geholfen haben. Wenn dem so ist, gerne ein Gefällt mir da lasse. Ich versuche die Guides so kurz für wirklich zu halten. Demnächst werden noch viele weitere Guides folgen. Vielen Dank erstmal. Ciao, ciao. Macht's gut. Bis zum nächsten Guide oder gerne mal beim Let's Play vorbeischauen. Ich freue mich sehr. Tschüss. Tschüss.